Herzlich Willkommen Einen Freunde zurück zu, das habe ich schon lange nicht mal gesagt, oder? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, willkommen zu Dead by Daylight, zusammen mit dem Conny. Hallo Moritz. Du musst die Zuschauer begrüßen und nicht mich. Achso, okay. Hallo. Ja, Conny kennt man schon aus den berühmten Among Us Videos. Und Gartik von letztem Sonntag. Letztem Sonntag? Das war heute, Moritz. Hä? Heute ist Sonntag. Okay, folge ist es. Aber das Video kommt doch erst am Mittwoch oder so. Ich doch nicht. Ja, mein Gott, ey. Deswegen habe ich letzten Sonntag gesagt. Mein Gott. Ja, Conny, und jeder Gast, ja, der mit mir aufnimmt, darf mal kurz erzählen, was deine drei Lieblingsspiele sind. Aber Moritz, das weißt du doch. Ja, aber die Zuschauer ja nicht. Ich mag League of Legends, ja. Ich mag Dead by Daylight und das dritte. Ja, das dritte. Was spielen wir denn noch gerne zusammen? Minecraft. Aber, also drei Lieblings, ich hab... Also Minecraft mag ich zur Zeit auch sehr gerne, das stimmt. Gar-Tick-Phone. Ey, das hab ich jetzt einmal gemacht. Ich weiß. Squibble! Oh Gott, da bin ich richtig scheiße. Among Us. Ja, Among Us ist nicht schlecht. Ja, guck mal, ich hab's rausgefunden. Ich wusste es. Bist ein guter Freund. Ah ja, Conny ist der Hase hier rechts. Ey, irgendwie ist das dunkel. Oder? Dunkel? Ja, die Map ist bei mir so dunkel. Richtig hell bei mir, die Map. Läh. Kann man... Oh Gott, ich hab Dings. Ey, ich spiel außerdem mit neuer Tastatur und Maus. Deswegen, falls ich versage... Ey, das ist die Fäule. Dann liegt das daran. Das ist die Fäule. Ich... Oh Gott. Wer spielt denn die Fäule? Freiwillig. Ja, das mein ich auch. What the fuck? Weiße, ey. Boah, ist das dunkel. Ich glaub, ich muss gleich mal hier kurz... Grafikeinstellung. Es steckt mich und geht dann weg. Oh, Späße, da ist so. Warte, ich geh mal ganz, ganz schnell in die Grafikeinstellung. Gibt's hier überhaupt sowas wie Helligkeit? Das weiß ich nicht. Ultra weiß ich, dass ich das hab. Hä? Es gibt hier keine Schnelligkeit... Äh, Helligkeit. Na gut, dann müssen wir mit der Dunkelheit leben, Leute. Conny, was sagt der Killer? Die Fäule ist insane. Ich bin bei der kleinen Hütte. Also nicht bei der Eisenhütte, sondern... Ah, bist du das hier? Ja, hallo. Oh, der ist hinter dir, ja. Ne, ne, ist er nicht. Ne, okay, dann heile ich dich. Ich kann dich nicht heilen, beweg dich mal ein Stück. Jetzt. Wo ist der? Da hinten. Der Pärtschler. Achso, da hinten bei dem anderen. Ja, ja, da. Zack, zack, zack. Oh, ich liebe das Geschrei. Wenn der jetzt gleich schreit. Oh, ne, der Ruin. Das hat der Ruin dabei. Ja, oh Mann. Ja, ich bin auf dem Wecker. Ich hasse Ruin. Ich, äh... Äh, weiß nicht. Ich glaube, der hat sich von mir gelassen. Wo hingen die? Warte, hattest du nicht noch ein Werkzeugkoffer? Ja, ist deiner leer? Warte mal, der kommt, der kommt, der kommt. Ist deiner leer, oder was? Warte kurz, warte kurz. Ja, ich warte hier am General. Wie konnten der mich schlagen? Der hat einfach Turnaround gemacht. Oh Mann. Warum kann der das Spiel? Haha, daneben geschlagen. So, ich hab Flink dabei. Deswegen können wir jetzt hier kurz sprinten. Wenn man, äh, verfolgt wird und aus dem Fenster springt. Oh, der sieht doch nicht aus. Der denkt, ich gehe in die Eisennütte. Aber so dumm bin ich nicht. Oh Gott. Schnell wieder hier rüber. Hey, w-w-w-was macht der? Ich glaube, der spielt. Ich weiß nicht. Achso, er verfolgt dich? Ja, ja. Okay, gehe ich mal zurück zum Generator. Och Mann, blödes Ruin. Er macht irgendwas kaputt? Ja. Das kann ich nämlich sehen, weil ich Wachslam habe. Das ist cool. Hm, ich liebe Wachslam. Ich mag den Bogen. Macht schon wieder was kaputt? Na? Ruin haben wir immer noch, ne? Hm. Ach, das wüsste gar nicht. Ja, also wenn dein Koffer leer ist, dann sagt Bescheid. Ja, ist ja. Dann müsstest du mich geworfen. Ich bin in der Nähe der Eisennütte. Ich glaube, der ist eh bei mir. Nee, der ist auf dem Weg zu irgendwie. Bist du verletzt, ne? Nee, ich bin nicht verletzt. Ja. Ah, hi. Kann man droppen? Äh, da, mit der Tasse. Ich halte dich mal eben. Ja. Wir sind doch im anderen, ja. Oh, warte, dann gehe ich rein. Wir holen ihn mal. Dann will ich mich nicht mehr aus dem Weg. Och nein. Was soll das denn? Ah, der geht in meine Richtung. Ja, er geht in die Idee. Der sprintet in meine Richtung. Ja. Obwohl ich hab Katze. Ähm. Ach so, du bist auch hier. Wow. Keinig. Ja, ja. Ist hinter mir okay. Ich dachte, du bist da hinten geblieben. Oh. Ich dachte, du wärst da hinten geblieben. Äh, rette hinter uns. Ja, ich geh zum Generator zurück. Ich hab Ruinen immer noch nicht gefunden, ne? Nee. Hörst du mich nochmal heil? Ja, ich weiß nicht, wo du bist. Hinter dem. Hinter mir? Jo. Ich seh dich nicht. Da bist du. Warte, ich hab einen Fähigkeiten-Check. Ist er wieder hinter der einen Herr, oder was? Ich seh's nicht. Hinter Machmut. Oh, ich hab eine Katze. Katze, wieder weg. Katze wieder da. Er ist wieder da. Jo, jo. Geiße, der trifft auch alles. Naja, mich hat er noch nicht getroffen. Ey, was? Du hast dich nicht im Schrank versteckt, oder? Nein, 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 nein. Okay, das dachte ich gerade schon. Und, Nikola, egal. Wo ist denn die andere? Ähm, die... Warte mal, wer bist du denn? Ja, ich bin der. Du bist in eine vollkommen andere Richtung. Ach, da. Kacke. Schade. Da, wo der hinsprintet. Ja, 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 ich seh's jetzt. Achso, du siehst ja auch. Ja, ich seh's jetzt. Ich glaub, dunkle Wahrnehmung, oder so heißt der Perk, ne? Hm. Habe ich dabei. Super. Ja, du, also... Du musst weglaufen. Ja, ist egal. Ich sabbel dir jetzt ein paar Haken. Ja, mach das. Wir sind hier eh alle tot. Ich glaub, der ist eh... Ich... Ich... Nee, der geht zurück. Der geht zurück. Der geht zurück? Ich glaub, der geht... Ich hab keine Katze, der kommt nicht. Er ist mit dir. Weiß' so. So. Nee, lass... Lass mich dich so heilen. Danke. Ist hinter mir. Ist ja so gut. Er ist ziemlich gut mit dem. Als, äh, man ja die Quest machen musste mit dem, ne? Mhm. Da war ich in der ersten Runde so kacke. Aber in der zweiten war ich auch richtig gut. Da hab ich kurz gesagt, oh, das könnte vielleicht mein Killer werden. Bei den sieht man ja wirklich selten. Ja. Oh Gott. Also irgendwie, ne? Oh Gott, ich hab angerufen. Oh, wow. Hörst du das? Nee, nee, hör ich nicht. Das ist gut. Oh, er hat mich gesehen. Oh, er hat mich gesehen. Weil den kann ich jetzt nicht ablehnen und annehmen, weil ich's wegstehe. Stimmt. Das nervt mich. Okay. Kann ich... Ja... Ah, der andere kommt jetzt bei dir. Sehr schön. Oh Gott, ich bin gegen die Wand gelaufen. Ich kann gleich wohl ihn zu stürmen. Ich hab's gerade gesehen. Ich hab's gerade gesehen. Sehr gut. Aber ich muss wahrscheinlich eh nix mehr haben. Ist er noch hinter dir? Ja, ja. Er ist noch hinter mir. Und er ist schneller als ich. Obwohl ich Flink hab. Sehr gut, das hab ich geschafft. Ach, scheiße. Kacke. Okay, wenn er sprintet, sollte ich nicht versuchen, die Palette ihn dahin zu klatschen. Oder schon früher irgendwie machen. Er geht in deine Richtung. Der muss doch Barbecue dabei haben, oder? Ja, kann sein. Ne? Ist er bei dir? Ja, der ist genau bei ihm. Ich bin einfach an ihm vorbeigelaufen. Okay. Hast du Katze? Äh, nee. Äh, ich heil mich selber. Ich geh in den Schrank rein. Ja, mach das. Ich hab Katze. Versuch nochmal. Der Pferd hat mich nicht gesehen. Weiß ich nicht. Er ist hinter mir. Ja, aber hast du noch ein bisschen Vorspür? Ja, ein bisschen. Nein, er macht jetzt wieder diese... Oh Gott. Nein! Boah. Der kann das echt gut, also... Ja, der ist echt gut. Also gegen... Weil, heute spielt echt nicht jeder. Wirklich nicht. Den spielt eigentlich niemand. Außer er. Bist du tot? Äh, nee. Bin nicht zu mir, bin nicht zu mir. Aber yes. Er geht zu anderen. Der hat richtig krasse Töpste, oder? Ja. Danke. Willst du nicht heilen? Ach, nee, nee. Ich geh in den Schrank. Dann kannst du den Generator oder sowas machen. Ja, er kommt nicht zu uns. Er kommt nicht zu uns. Ja, ja. Ich... Geh trotzdem in den Schrank. Ich suche zumindest einen Schrank. Zumindest ist Ruin weg. Hast du Ruin weg gemacht, ne? Ja. Sehr schön. Wo wir jetzt vier zu finden, ist... Unwahrscheinlich. Ja, das wird... Das wird, glaube ich, nichts. Aber dann kommt zumindest jemand durch die Feiltür. Nur das wird auch... Hoffe ich zumindest. Ja, ist der anderen Seite der Map, vielleicht siehst du mich? Weiß ich nicht. Boah, ich... Ich liebe das, dass das so... Ich seh... Ich seh halt alles, ne? Ich seh das, was da passiert. Das ist so cool. So, jetzt wär's eigentlich klug, in den Schrank zu gehen, aber bei mir ist grad keiner. Oh mein Gott, stimmt. Ich hab grad... Aber ich bin tot. Ah, er ist neben mir. Scheiße. Ah, häng ihn doch nicht auf. Genau ein paar Sekunden. Hier ist kein Schrank. Scheiße. Ich dachte... Hä? War ich nicht im Schrank? Oh Gott, der ist ja... Ich bin ja dumm. Bei dir. Ich dachte, ich wäre im Schrank gewesen und hab mich geheilt. Oh Gott. Hab ich das komplett verscheckt, oder was? Das ist ja mal richtig belastend. Haben wir jetzt schon eine Falltür, oder? Nicht richtig. Äh, nee, noch nicht. Die kannst du noch nicht sehen. Gut, los. Der steht gegen den Baum. Ich seh das komplett. Ja, ja, ich weiß. I try my best, tatsächlich. Ja, ja. Oh nein, der hat mich ausgedrückt. Du musst die Falltür gleich finden. Such dir schon mal einen Schrank. Und versteck dich drin. Oh, er kommt zu mir. Ja, du hast so viele Kratzspuren gemacht. Das hat er gesehen. Oh mein Gott. Ich bin an ihm vorbeigelaufen. Hast du dich geheilt? Ja, ich bin noch dabei. Moritz, du schaffst das. Ob ich den auch playt hab. Oh Gott. Willst du dich voll heilen? Nee, nee, ich gehe in den Schrank. Okay. Ja, dann heile ich mich. Ja, ja, ist okay. Ach so, ich glaube, ich habe auf Wachsam geguckt, dass der abläuft und ich, äh, ich weiß gar nicht mehr. Hat denn, nee. Oh Gott. Er ist hier. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Perk heißt. Ich höre ihn gar nicht. Oh, ich habe Katze halt. Oh, ich sehe auf der anderen Seite der Map, glaube ich. Nee, er ist hinter mir. Ich glaube, es ist. Uhuhuhu. Aua. Oh nee, er hat sich wieder Tabletten eingespitzt. Oh Gott, er hat er neben uns schlagen. Aber hier ist kein Fenster weit und breit. Ich bin tot. Aua. Sucht er mich jetzt echt? Nee, ja, der sucht ich. Geh er nicht rein, geh er nicht rein, geh er nicht rein, geh er nicht rein. Geh er nicht rein. Nee, bleib am besten noch dran. Bis ich wirklich voll bin. Conny, nein, 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 geh zurück. Er ist genau rechts von diesen Dingsterbums. Er kommt ja zu mir. Conny. Ja? Och, man. Er hat mich. Ich habe nur gesagt, du sollst zurückgehen. Du schaffst es, Moritz. Man. Du schaffst es. Was machst du denn? Ich will nicht mal heben. Ich kann das alleine nicht klatschen. Wirklich. Du brauchst noch ein paar Punkte. Oh Gott, der hatte ich auch gebläht. Ja, ich habe es bemerkt. Das ist das, Moritz. Scheiße. Vielleicht hebt er ja mich auf. Mann, Conny, ich habe dir doch gesagt, wie du spielen sollst. Ich habe doch gesagt, zurück, zurück. Was? Moritz, was? Ja, zurück. Ja, was? Ach, Mann. Oh mein Gott, man kann sich nicht mehr so schnell drehen auf den Boden. Ja, ja, habe ich auch gestern versucht. Wie durfte das denn? Ja, fand ich auch blöd. Du bist richtig kacke. Ach, komm. Ich habe den Topic Fizz bei mir, Conny. Hm. Ja, der war viel zu gut. Ja. 16. Oh. War aber gut. So, wie viel Haken habe ich da zerstört? Tschüssi. Sechs Stück. Das ist zwei brauche ich noch. Sechs Stück? Wie viel brauche ich noch? Zwei? Ja. Dann nehme ich sicherheitshalber noch mal eine mit. Ja, ja, ja. Ja, 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 passt. Ja, genau. Reicht eine Graue ohne Addons? Wie bitte? Reicht eine Graue ohne Addons? Hm, bei Grau müsste bei der Beschreibung unten, ganz unten, schaltet die Sabotagefähigkeit frei. Steht das da? Warte. Oder nennen wir den Namen? Ja, ja, ja. Ja, okay. So, letzte Runde, Conny. Oh, ja. Letzte Runde. So, nochmal zurückzukommen auf dein Lieblingsspiel, Conny. Hm. Ist natürlich Genshin Impact. Mein Lieblingsspiel ist das? Oder? Ist das nicht deins? Ah. Also, ich spiel's gerne, das stimmt. Ja. Und du, Moritz? Ich? Ja. Mein Lieblingsspiel ist schwer bei mir. Ich würde aber sagen, auf jeden Fall Dead by Daylight, weil ich denke, dort habe ich die meisten Spielst... Ne, die zweitmeisten Spielstunde... Spielstunden. In Minecraft wirst du noch mehr haben, oder? Ja, deswegen zweitmeistes gespieltes Spiel. Hm. Weil in Minecraft, da habe ich über drei Jahre an Spielstunden wahrscheinlich. Oh. Ich glaube, 268 Tage. Oh Gott. Ja. Also, bald hätte ich ein Jahr voll. Das habe ich echt gesuchte. Aber man konnte halt in Minecraft auch so viel machen, heißt du? Ja, stimmt. Die ganzen Minigames, dann hier Projekte. Dann war ich ja eine Zeit lang Moderator auf TheWaste.net. Und auf Hive, mc.eu, das... Da muss man halt aktiv sein. Und es hat mir auch Spaß gemacht. Das ist schön. Ja. Nur, kannst du dir vorstellen, damals habe ich nie Häuser gebaut oder sowas. Echt nicht? Ne. Warum kannst du das denn so gut? Äh, ich kann das nicht gut. Riecht gut aus. Riecht gut aus. Da würde ich eher Pokémon, denke ich, auf jeden Fall hinzuziehen. Und Kingdom Hearts fand ich immer mega cool. Was wird Hearthstone? Ne, ne. Hearthstone ist einfach nur schön für zwischendurch. Und du willst keine Minecraft-Videos hochladen? Das weiß ich noch nicht. Also, alleine auf jeden Fall nicht. Na Gott. Heute hättest du einen tollen Titel gehabt. Hätten wir Minecraft aufgenommen. Ja, Alexi hat mich einfach umgebracht. Eiskalt. Ach ja, dich. Ja, hat mich einfach erschossen. Ja, das fand ich cool. Ne, ich nicht. Außer, dass deine Level dann weg waren. Ja, mir hat meine Level aufgeschlagen. Ne, ne, ne. Ähm. Du hattest wahrscheinlich... Wie viel Level hattest du? Weißt du das? Oh, das war über 10. Und dann hatte ich 7. Ja. Du verlierst nämlich Level, wenn du gestorben bist. Ja, das ist ja nix. Du droppst nicht alles. Ich wurde letztens Jahr hier getötet von diesen... Nimble Fox oder wie da hieß. Als ich dir den Server... Ne. Ne. Ich glaub nicht. Ähm. Da hatte ich 44 Level und dann hatte ich nur noch 10. Oh Gott. Das ist ja richtig... Ja, das war richtig blöd. Na gut. Letzte Runde. Hast du gesehen, gegen wen wir spielen? Ne, sieht man noch nicht. Ja, ich hab's gesehen. Aha. Gegen Hilly Billy. Hilly Billy? Ja. Das glaub ich dir nicht, weil du hast schon sehr oft bestimmt gegen ihn gekämpft. Gespielt. Wie nennt man das? Überlebt? Überlebt. Gespielt, keine Ahnung. Keine Ahnung, ich auch nicht. Gespielt wahrscheinlich. Du bist schon sehr oft vor ihm geflüchtet, so. Wer meinst du, wer der Killer ist? Ich denke, es ist die Krankenschwester. Aber ist, glaub ich, zu ruhig. Ich auch. So. Geh ich mal in den Generator. Ich hoffe, wir haben jetzt mal eine bessere Runde. Ähm. Wer ist es? Das ist das Schwein. Das ist das Schwein. Oh, das Schwein. Uh. Du musst ja aufpassen. Es ist... Egal, es spielt ganz komisch. Es hält Slacks. Es leckt herum. Ähm. Warte. Hinter... Ich hab richtig laut dieses... Boah. Oh Gott. Äh, nee, das war ganz komisch. Also ich stand hier beim Stein. Ich dachte, sie hat mich gesehen. Sie guckt so... Die erste Hälfte des Steins bleibt stehen. Und danach geht's nicht mal woanders hin. Das war komisch. Naja. Ich hab gleich meinen Generator fertig. Das ist gut. Es sei denn, sie kommt gleich. Ich glaub, da hinten war sie. Oder? Ist das ein Spieler? Ich weiß es nicht. Man hört, wenn so ein Haken absabotiert wird, ne? Ja. Das hört der Killer. Oh nein, weh, die sneakt mich an. Ja, und meistens finden die Leute das gar nicht gut, wenn du sowas machst. Ja, glaub ich. Die kam auch gerade sofort zu mir, nachdem ich den ersten gemacht habe. Oh, da. Ja, ich sehe sie. Wo ist sie? Äh, auf der Straße in der Mitte. Ups, ich hab verkackt. Ich bin trash. Wo ist sie in der Mitte? Ja, die kommt wieder zu mir. Okay. Aber ich mach den Generator fertig. Achso. Oh Gott. Ich wollte gar nicht runterspringen. Es tut mir leid, Schwein. Hä? Ich glaube, das Schwein ist trash. Ja, sag ich ja. Das direkt irgendwie ein bisschen. Achso, das kann natürlich auch sein. Ich hoffe, der D-Rage kettet nicht. Nee. Nee. Hoffe ich auch nicht. Sonst wäre die Aufnahme jetzt vorbei. Ja, ich hab nämlich gerade extra habe ich... Mein Generator ist wegen der Tag. Ah. Die laufen, dass sie immer zu mir kommen. Ich glaube, Katze. Ja, sie ging gerade über die Straße. Wie ist hier? Sie scheint anscheinend wirklich nicht die Beste zu sein. Sie geht jetzt wieder woanders hin? Vielleicht kommt es mir endlich zu uns. Ich glaube, die will einfach, dass wir Generatoren machen. Weiß ich nicht. Oder die hat Nöt dabei. Und zeigt gleich ihr Talent. Ich hab wieder Katze. So sehe ich, wenn jemand einen Generator macht. Ist das neu? Weiß ich nicht. Was ist denn das für ein Kirk? Sie geht wieder. Okay. Tschüss. Wo ist sie? Weißt du, wo sie ist? Äh, sie... Weiß nicht. Hast du, du musst dich umgucken beim Schwein. Nicht, dass sie dich anziehen. Ja, aber die scheint kein Sneaken zu können. Mag ich schon. Wart bei mir. Oh, die ist da ganz woanders. Die ist in irgendeiner Ecke. Hast du deine zwei Helken sabotiert? Ja. Okay. Dann kann ich ja die Werkzeugkiste benutzen. Ja. Hat denn irgendein... Komm schnauze oder so. So. Jetzt holen wir mal den nächsten. Einen richtig großen Terror-Radius oder nicht? Echt? Ja. Hörst du das denn nicht? Das ist immer richtig laut, auch wenn sie, weiß ich nicht, noch 10 Meter weit weg ist. Ich bin ganz ehrlich, ne, ich ignoriere den Zaun meistens, weil ich hab ja Katze. Das stimmt. Da achte ich nicht so genau drauf. Okay. Die ist da hinten im Keller. Was macht denn da du? Weiß ich nicht. Die hat da einen Generator zerstört. Ist hier im Haus einer? Oh, ich hab Katze. Ja. Ja, geh du mal dahe. Ich geh hier. Oh Gott, sie kommt. Ja, die Schrecke kennt man nicht. Ja, sie läuft mir hinterher. Ihr könnt Generator machen. Oben noch einer? Ja. Ja, ja, oben ist einer. Ey, die geht zurück, oder? Die geht jetzt in ein anderes Haus rein. Ah, hier unten ist einer, genau. Oh, scheiß, ich bin mitten auf sie gesprungen. Aber die schlägt dich nicht, ne? Nee. Die hat mich anscheinend nicht gesehen. Ja, na, weiß ich nicht. Ich glaube, die spielt mit uns. Und tötet uns leicht. Nee, ich glaube, die sind nicht falsch. Moin. Ich hab Katze. Oh, nee, nicht laufen, Conny. Ich laufe nicht, ich laufe nicht. Oh, scheiße. Oh Gott, sie ist am Generator stritt gegen. Ja. Geht sie hoch? Ja, sie geht wieder hoch. Dann können wir wieder am Generator. Ich glaub, die will nur, dass wir rausrennen. Immer entspannt gehen. Jetzt kann ich nicht mal sitzen. Ich bin da zu hektisch. Aber sie spielt ja eh nicht ernst. Also keine Panik. Mhm. Oh, sie ist auf der anderen Seite. So. Perfekt. Und jetzt hast du Nerd und tötet uns alle. Ja, das glaub ich sogar. Also, wenn du ein verfluchtes Totem siehst, ne? Dann mach's am besten. Jupp. Du bist in meiner Nähe. Ich bin bei einem Ausgang. Oh, ich hab Katze. Sie ist, sie kommt zu dir, sie kommt zu dir. Sie kommt richtig zu dir. Okay, ich bin... Sie ist am Ausgang und was macht sie? Nee, guckt ein bisschen da rum. Oh, sie hat den aufgemacht. Ja, der andere. Nee, nee, ich glaub, das war der andere. Nee, sie hat meinen Ausgang aufgemacht. Also, ich kann rausrennen. Warte noch. Oh, no. Krieg ich das hin? Ja, so. Ich bin jetzt bei dir. Ich bin jetzt bei dir. Wie bei mir. Gleich bin ich da. Geh, sie. Bist du denn? Ah, da. Okay, dann. Tschüss. Ganz schön komisch, die Runde. Ja, die war echt komisch. Die hatte wohl gar keinen Bock. Nee. Weißt du, da wartet man schon als Killer auf ne Runde. Und dann hat man gar keinen Bock. Vielleicht musste die auch nur zwei Generatoren zerstören. Und das war's. Oder sie wollte die ranken. Ja. Ja, gut, Leute. Das war's mit Dead by Daylight für heute. Wir sehen uns dann vielleicht diese Woche oder nächste Woche wieder. Mal schauen, mal schauen. Es kommt immer drauf an, ob die anderen auch Lust haben. Nee. Na gut. Tschüss. Conny, du musst auch Schiss sagen. Tschüss. Und danke, Conny, fürs Mitspielen. Kein Problem oder was. Äh.